Wichtig ist, man braucht eine Beziehung dazu und ein Leben. Seit wann gibt es euch denn? Ja, es kaschiert seit dem 1. April, also genau seit drei Tagen. Wahnsinn! Das mit dem Knabbern klingt verlockend. Wow, Wahnsinn, sehr gut, großes Kompliment. Tiramisu Cakepop, Ihnen mit Kaffee und Rum gebacken. Ja, mehr davon. Schön war es hier. Guter Abschluss, danke. Salute. Salute.